Heyho, ich find's lustig, dass ich von euch bei Facebook immer wieder die Frage gestellt bekomme, ob ich wirklich der Echte bin. Oder ob's ein Fake-Profil ist. Ich werd's euch nun beweisen. Und zwar werde ich mich anmelden. Hier, ganz kurz mal. Ich weiß nicht, ob man's erkennt, aber da steht mein Name. Ich werd jetzt dort das Passwort eingeben. Moment. So. Und schwuppdiwupp, mein Laptop ist ein bisschen langsam, deswegen dauert's auch immer so lange mit dem Beantworten der Mails. Aber da öffnet sich die Seite und wir sehen momentan 140 Nachrichten, 104 Freundesanfragen. Ich hab gestern schon wieder ein paar angenommen. Also, ihr könnt mir glauben, das ist meine Seite und ihr seht nur diese Seite. Moment. Diese Seite könnt ihr sehen. Ich hoffe, ihr glaubt mir jetzt, dass ich's bin. Da sind meine Fotos. So. Da ist mein Name. Alles klar. Bis denn.